Hallo, ich bin Heidrun Hase aus Worms. Ich wohne bei Christian und Bianca. Ich fahre gern mit dem Reisebus. Hallo, ich bin Horst Hase aus Worms. Ich wohne auch bei Christian und Bianca. Ich fahre auch gern mit dem Reisebus. Guten Morgen, Horst. Guten Morgen, Heidrun. Hast du schon gehört? Der Reisebus ist krank. Wirklich? Wieso das denn? Was hat der Reisebus? Der Reisebus hat Coronavirus. Oh je, der arme Reisebus kann mit dir noch fahren. Ja, aber nicht mal lange. Er braucht Hilfe. Wer kann dem Reisebus helfen? Die Regierung kann ihm helfen. Dann müssen wir es der Regierung sagen. Ja, aber die Regierung, die ist in Berlin. Dann fahren wir doch hin. Fahren wir nach Berlin. Gute Idee. Fahren wir nach Berlin. Und dort haben wir Frau Merkel, dass der Reisebus Hilfe braucht. Wir fahren nach Berlin. Wir fahren nach Berlin. Hast du alles eingepackt? Ja, unser Koffer ist fertig. Hast du auch Karotten drin? Natürlich, ganz viele Karotten drin. Hast du auch Spielzeug mit? Ja, auch ganz viel Spielzeug. Und unsere Zornbürsten. Und deine Gummiente auch. Gut, dann kannst du losgehen. Los, rein in den Bus. Berlin, wir kommen. Berlin, wir kommen. Ganz schön weit ist das. Von Worms bis Berlin. Die ganze Nacht sind wir gefahren. Der Bus ist zum Glück bequem und bald sind wir da. Berlin, 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 Berlin. Mit Busen zur Timo wir ziehen, bald da da. Wir nehmen unseren Untergang nicht hin, ist das klar. Wir lassen uns nicht dämpfen, wir werden weiter kämpfen, bis Rettung in sich ist und kommt bald da da. Wir lassen uns nicht dämpfen, wir werden weiter kämpfen, wenn dies Rettung in sich ist und kommt Ballera. Wir singen daheim dieses Lied Ballera, damit man uns hört und nicht nur sieht, ist das klar. Wir wollen uns nichts borgen, das bringt nur neue Sorgen, hört zu und versteht das doch endlich mal. Wir wollen uns nichts borgen, das bringt nur neue Sorgen, hört zu und versteht das doch endlich mal. Es stehen die Signale hoch, Ballera, nicht fahren dürfen, das bringt uns in Not, ist das klar. Wir wollen wieder fahren, recht bald und noch in Jahren, hört zu und gibt endlich das Startsignal. Wir wollen wieder fahren, recht bald und noch in Jahren, hört zu und gibt endlich das Startsignal. Glaubst du, die Regierung hat uns gehört? Ja, ganz sicher, wir waren doch so laut. Und wir waren nicht alleine, es waren ganz viele Busse da. Richtig, 500 Busse aus ganz Deutschland. Die Regierung hat uns bestimmt gehört. Die Regierung, um den Reisebus jetzt helfen? Ja, natürlich führt sie das, jeder braucht den Reisebus. Richtig, jeder braucht den Reisebus. Hung for hope, hung for hope, hung for hope, hung for hope.